Hallo Freunde der Nacht, willkommen zurück zu Doom 2 Hell on Earth und wir konnten uns zwischen den linken und rechten Teleporter unterscheiden. Ich geh mal in den linken. Hm, nicht so toll. Oh, meine Nerven. Du hast mich jetzt vielleicht erschreckt, alter Freund. Ich möchte den Raketenwerfer da unten noch. Danke. Und dann probieren wir es in dem hier. Ah. Das war jetzt... Nein, das war nicht gut. Nein, das war nicht gut. Haben wir nur noch so wenig Munition dafür? Okay. Ist da unten noch einer? Probieren wir es einfach mal. Ja, er ist noch da. Ich ignoriere dich jetzt einfach. So, dann bräuchten wir wahrscheinlich das hier. Okay. Ja. Wir gehen vielleicht mal erst zurück. Falle um. Danke. Wir holen uns jetzt irgendwie mal Lebensenergie. Ich hoffe, man kommt da hier raus. Gehen wir nochmal zurück. Äh. Was hat er gerade auf mich geschossen? Ich weiß. Blöde Frage, aber... Hä? Wo ist denn was? Na gut. So. Wo denn noch? Ah, hallo Imp. Wo kommst du denn her? Zweite Chance. Mit 100% Leben. Einmal. Einmal. Ja. Das da... Ah. Wir brauchen die Munition eigentlich für wann anders. Ja, komm. Die legen jetzt sich nach Möglichkeit selbst rum. Okay. Wir haben ja noch genug. Hier und so, ne? Au. Au. Ah. Nicht gut genug. Das schaffen wir. So. Au. Arschloch. Wir könnten jetzt abwarten. Und nicht an die... Nicht an die Wand gehen. Ah. Zu spät. Weg hier. Einmal. Wir könnten sie auch einfach ignorieren, aber irgendwie habe ich die Lust, da hin zu kommen. Äh. Warum komme ich nicht früher auf solche Ideen? Okay. Ah. Okay. Wir machen sie jetzt ganz kurz. Gehen wir erstmal rückwärts hier rein. Okay. Das geht nicht. Okay. Nummer 1. Wie machen wir das? Nehmen wir mal die hier. Okay. Die arme Munition. Aber jetzt müsste das hinhauen. Hi. Klappt auch nicht besser. Dann machen wir es wieder so kurz und schmerzlos wie möglich. Hallo? Einmal... Haben wir da hinten noch was? Ja, da ist das. Ich möchte das hier. Eigentlich will ich das auch irgendwie, aber ich weiß nicht wie. Darum... Tschüss. Was haben wir denn hier? Aha. Ja, natürlich kommen sie. Interessiert mich nicht. Ein Oliver Kahn interessiert das nicht. Wollte ich schon immer mal sagen. So. Und wieder zurück. So. Und wie das Leben... Ja. So spielt wollen wir hier hin. Und zwar weg. Einfach nur weg. Äh... Erstmal umsehen. Da ist der Ausgang. Da ist irgendwas. Hm. Hm. Wie mache ich das jetzt? Hinter dem hier verstecken. Hoffentlich werden wir nicht getelefragged. Wir haben auf jeden Fall was... Wohinter wir uns verstecken könnten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ganz cool bleiben. Einfach mal... Genau. Man sieht's ja, ne? Okay. Klappt auf jeden Fall. Dahinter müssen wir auch gar nicht. Hoffe ich. Ne, doch. Wir müssen dahinter. Erstmal... Danke. Die zerdeppern sich ja zum Glück selbst da. Okay. Okay. Lief gut. Da ist... Rot. Okay. Jetzt nehmen wir das da. Das brauchen wir nämlich jetzt. Irgendwie. Aber ich weiß nicht mehr wie. Ganz cool bleiben. Cool ist ja mein... Zweiter Vorname. Okay. Okay. Da hinten ist blau. Ich möchte blau. Ah, neun Prozent Leben ist natürlich nicht toll. Hm. Falls ihr was scheppern hört, draußen regnet's gerade gewaltig. Ah, toll. Da wäre eine Invulnerability-Sphere. Kann man da vielleicht irgendwie was Sinnvolles noch finden. Und neun Prozent Leben ist schon madig. Irgendwo hier. Irgendwas. Irgendwas. Hoffen wir nicht. Naja. Wir haben auf C gespeichert. Und wir probieren's jetzt dann einfach mal. Ob wir mit dem Leben auf A zurechtkommen. Äh, auf dem nächsten Level zurechtkommen. Halt, wartet. Wieso bin ich so blöd? Ich weiß. Zack, zack, zack. Mann. Komm ich mir wieder doof vor. Zack. Und. Adios. Nirvana. Finished. Jo. Sehr gut. Jetzt kommen wir in die Katakomben. Auch ein trolliges Level. Wo sind sie? Da, seht ihr ihn? Kann man ihn vielleicht... Einmal, zweimal, dreimal... Bisschen Munition sparen. Und mal... Oh Gott. Da wimmelt's ja vor Chaingunnern. Bleib stehen. Komm her. Komm her, komm her, komm, komm. Komm, komm, komm. Wo bist du? Da warst du. Hier vielleicht auch noch. Was dahinter? Ah. Da war ein Secret. Und wieder eine lustige Musik. Peek. Da, da, da. Okay. Ab jetzt... wird's gefährlich. Gleich mal hier speichern. Ihr seht... Es wird... Ja. Und da hinten... Seht ihr schon die andere Begrüßung? Au. Okay. Okay. Ähm. Scheiße. Hier hin. Weg, 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 weg. Lass mich hoch. Unwichtig. Ich wollte eigentlich... Und so. Na gut. Plan B. Lauf. Wo kommt denn der her? Äh... Wo ist der? Ganz im Ernst. Ganz lässig bleiben. Okay. Da ist was, dass wir wollen. Hi. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Hitscan-Gegner nicht mag? Hm. Ich glaube nicht. Okay. Hi. Äh... Nehmen wir mal das hier. Bisschen Munition sparen bei dem Verimpf. Hm. Das war unnötig. Was haben wir denn hier? Au. Der schießt hinter mich. Ah. Hast du da? Nee, das lasse ich jetzt einfach nicht so auf mir sitzen. Finde ich doof. Jetzt leben die alle noch. Menno, menno. Haha. Gott, bin ich gut. In Ordnung. Dann bleibt uns jetzt wohl nichts anderes übrig, als da rein zu gehen. Ja. Au. Hi. Sie wurde schon netter begrüßt. In Ordnung. Le blaue Schlüsselkarte ist unser. Muss ich jetzt mal nachdenken. Gehen wir nochmal dahin. Ich will wissen. Hoch, hoch, komm. Hoch. Danke. Was macht das? Ah. Puh. Puh. Puh, puh. Nee, da können wir nicht hin. Aber da müssten wir hin können. Oh. Schieß nicht. Jetzt. Mir ging's schon mal besser. Wir haben keine rote Schlüsselkarte. Juhu. Hm. Da waren wir noch nicht, oder? Offenbar... Nicht. Offenbar nicht. Dann probieren wir's mal da. Aber nicht ohne. Danke. Ah. Dieser Abschnitt. Ein bisschen Lebensenergie. Kann man das mit... Ah, jetzt. So. Hi. Hi. Oh. Ja. Die kommen einem immer so nach sauleichten Gegnertypen vor. Aber sie sind in Wirklichkeit halt echt heftig. Wenn sie einmal anfangen zu schießen... Hören sie nicht mehr auf, bis sie getroffen werden. So. Was hat das gemacht? Hat jetzt was geöffnet? Oh. Nehmen wir gleich die Waffe. Lustige... Sache. Höp. Höp. So. Wir drücken Knopf hoch. Hallo. Ich hatte schon mal mehr Leben. Da ist was. Da ist was. Nicht? Ah. Komm. Ein paar Prozent mehr Leben könnte ich jetzt schon gebrauchen. Da ist was. Da kommt man wieder da raus. Dann schauen wir mal, wo wir dahin kommen. Ein Secret. Ah. Zu Beginn des Spiels haben wir doch hier alle wieder gebraucht. Ne. Also. Sechs Prozent Leben. Ne. Höp. Ich wollte doch nur... Haben wir die nicht? Naja. Besser als nichts. So. Oh. Das war dumm. Da hat sogar eher mehr geschrien als normal. Okay. Zwölf Raketen. Hallo. Ah. Geht doch. Hallo. Und jetzt. Raus hier. El Roto Schlüsselkarto. Nochmal zum Secret. Und raus. So. Jetzt können wir da hin. Na komm. Hi. Immer diese Chain Gunner. Ah. Das war schlecht. Toll. Ah. 15 Leben. Zu Burials of Hell. Äh. Zu Burials of Fun. Never. Never. Weiß noch was. Dann fällt hier mal kein Leben. Hoch. Hoch. Hm. Oh. So. Hm. Das nächste Level ist eigentlich sogar noch schlimmer als die Grube. der Catacombs. Finished. Yo. Auf geht's zu Barrels of Fun. Und so viel Spaß sind die nicht. Fängt schon gut an. Die Musik wird mich in spätestens 10 Sekunden nerven. Also. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.